Mietminderung oder Minderung. Zwei Begriffe für ein und dieselbe Situation. In einem Mietverhältnis ist der Vermieter verpflichtet, die Mietsache zur Verfügung zu stellen und der Mieter die entsprechende Miete zu zahlen. Zu Beginn des Mietverhältnisses haben die Parteien sich auf einen bestimmten Zustand der Mietsache verständigt. Nehmen wir mal beispielsweise an, die Mietsache hat einen Balkon. Wenn während des Mietverhältnisses dieser Zustand der Mietsache sich verschlechtert, in diesem Fall der Balkon baurechtlich vielleicht gesperrt wird, dann haben wir hier eine negative Abweichung von der ursprünglich vereinbarten Situation, nämlich Nutzung des Balkons. In diesem Fall kann der Mieter eine entsprechende Mietminderung geltend machen. Die Höhe, wie lange, wie viel, ist immer vom Einzelfall abhängig und oftmals eben auch vom einzelnen Richter. Mehr dazu in unseren Webinaren und Videos. Schön, dass Sie dabei sind.